Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars The Clone Wars. Ich bin mit Obi-Wan zu spielen. Wir sind Grievous dicht auf den Fersen. Wir sind Grievous ganz dicht auf den Fersen. Mal gucken, was jetzt kommt. Mal gucken, was jetzt kommt. Und das schaffen wir, der fiese König. Ach ja, der war ja so ein bisschen übermütig, ne? In den Clone Wars Filmen. In den Folgen da. Oh, oh, hoppala. Passiert, da setzt sich wieder zusammen so eine Lego. Ihr könnt euch alle wieder zusammensetzen. Also endgültig sterben kann eigentlich niemand. So. Also wieder alles schön demolieren und randalieren. Nicht runterfallen, sonst ist da wieder alles weg. Okay. Dung, dung, dung. Toll. Mehr war das jetzt nicht. Okay. Ich guck mich schon mal ganz kurz um. Ach, guck mal, wir haben da schon eine Truppe. Die schon bereit steht. Ach nee, das war hier. Moment, Explosion. Und Bäm. Okay. Jetzt noch du hier. Wo wir deine Truppe zusammen. Es geht los, Freunde. Es geht los. Schießt, schießt, schießt. Okay. Den brauchen wir. Also für manche Aufgaben jetzt. Das wäre auch vor uns als in dem großen Schiff. Wäre das dann auch der gewesen. Aua. Nein, ich will den hier. Okay. So. Halt, wir brauchen nochmal den hier. Autsch. Ist ja auf beiden Seiten hier welche, ey. Ha. Okay. Was haben wir hier? Hm. Das kommt hier hoch, das kommt hier hoch. Das ist ja ziemlich easy. Dam, dam, dam. Ach so, gibt's noch ein bisschen Geld. Da hinten laufen sie. Weh, weh, weh. Das müssen wir kontrollieren hier. Die Tür ist kaputt, so wie es alles sieht. Ach, guck, 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 ich bin Geld. Jetzt steht wieder falsch. Ist es drauf, ja? Okay, ach, hier unten sind die. Jetzt habe ich das gesehen. Erst das hier unten. So. das wir haben einen Scheiß Job Freunde so ein bisschen Money wir können nichts machen und nach unten bitte jetzt ist drauf okay hier noch ein Stück nach vorne gehen hier sehe ich das nicht so richtig so ach Mist ganz klasse die wollen weg was haben wir denn hier gut sind die hier hinten auch wenigstens tot die kriegen die aber nicht tot ne muss man alles selber machen was haben wir denn hier oh Mist okay wir sollen da lang wir haben keine Wahl wir haben keine Wahl der Kopf geht ja wie Kat Bane können diese Auto benutzen ja den haben wir noch nicht ne haben wir auch nicht ne 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 hier hinten ist was wir machen müssen ok ich sehe schon wo er weiterkommt ich sehe es schon jetzt ok ha ok dort hinten müssen wir was machen dort auch ist hier noch irgendwas kommt die auch noch runter freunde ja kommen sie ok diese Stäbe widerstehen aber den Lichtschwertern ich habe immer gefragt was das dann das dann auch so eine Art Lichtschwert ist was die da haben komm runter wo ist er hier oder ob das denn nur halt wirklich an diesen hellen Stellen widerstehen kann denn nicht schauen weil es dort halt auch das prinzip ist weiß nicht also halt ok 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 hat man auch einfacher haben können oh oh au mist kommst du her legst du mir eine andere Größe an bäm zang ok 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 so bitte einpassen Ein Bein haben wir auch schon. Bitte einpassen. Okay, gut. So. Und das letzte Beinchen. Und der Kopf fehlt noch. Der Kopf fehlt noch. Den müssen wir noch finden. Also dürfen wir uns alles mal zerhäckseln. Hier vielleicht. Irgendwo was, was aussieht wie ein Kopf. Ach, guck mal, da ist er doch schon. Gar nicht gesehen. Grüß. Ja, du hast erst mal. Wir wissen es. Leg los. Okay, jetzt ran. Hä? Ah, okay. Okay. Haha. Ah. Ah, haben wir sowieso. Verdammt. Komm schon. Oh, Zangen. Du kannst es nicht entkommen. Ha. Sabbel, 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 sabbel. Ja, ich bin drauf reingefallen. Alles klar. Yay. Das wird wohl eher zuletzt kommen. Schwierig zu sagen. Ich packe das mal hier in die Ecke. Halt. Jetzt mach. Nein. Hier hin. Ah, okay. Sekunde. 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 Halt. Ach, hier so ein Bastelspiel hier. Ach, wenn du. Du kommst erstmal in die Ecke. Jetzt, hallo, da kommt nicht mehr da weg. Toll. Versaut. Nochmal neu. Oder haut das so hin? Ich weiß nicht, ob das so hinhaut. Ich will, dass es der Ecke nochmal raus haben. Ah, jetzt, okay. Huch. Huch. Was war das denn? Okay. Na, komm schon. Hey, jetzt. Das gleiche spiel ich mir vorhin. Das ist nicht lustig. Warte, ich will das untere. Nein, ich will das untere. Toll. Ich geb mir Mühe, Freunde. Ich weiß, es dauert grad ein bisschen. Nein. Ach. Ja, okay. Soll ich meine beste Runde werden? Ich sehe das schon. Was wollen wir jetzt? Okay. Das passt hier so schön aufeinander. Oh, im Moment. Vielleicht wäre da. So, da sind wir wieder. Und wir hängen immer noch hier fest. Was haben wir denn hier noch für hinten drin liegen? Nee, ich will mir den hier. Was denn das? Halt, lass das. Nein. Nein. Ja. Ja. Okay. Yay. Sind wieder alle da? Gut. Ähm. Okay. Grievous ist da drin. Und wird repariert. Was ist das, was sich so dreht? Kettensäge? Da, böse aus. So, was kommt jetzt hier? Da ist Grievous schon mal. Okay. Ich denke, wir müssen irgendwas bestimmtes kaputt machen. Nehme ich mal an. Hä? Was bist du denn? Nein. 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 Er hat mich. Hilfe. Was macht denn der? Hilfe. Au. Kommt aus. Kommt aus. Das ist mir gut. Ja. Halt! Halt! Okay. Und alle... Wui! Wuhu! Tschau-Di-Bow! Und zang! Oh! Verflut! Neue Tricks! Neue Tricks! Neue Tricks! Neue Tricks! Unfaire neue Tricks! Jetzt sollen wir hier alles leiden! Yay! Hier hinten! Und? Jetzt noch mal mit dem hier! Der kann da so hoch! Oh! Ups! So, Grievous! Dein Schoßtier ist hinüber! Oh! Nein! Ha! Ah! Okay! Bäm! 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 Wo ist Grievous? Wo ist Grievous? Ach, die wieder! Kommt schon her! Huah! Huah! Chou! 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 Und Bäm! Back! Du auch noch! Wo müsste... Wo muss denn... Der Generator hin? Da muss der vor! Ah, das war! Okay! Halt! 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 Warte! Du kommst ab! Und du! Die schieben auch nach vorne! Ah! Weiter, 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 weiter! Da müssen wir auch irgendwas bauen! Okay! Ich seh schon, da hüpfen so die kleinen Steinchen! Okay! Komm schon! Das nützt dir nichts mehr! Du bist auch gleich weg! Da drüben haben wir auch noch so einen Strom... Hö! Wo muss denn der da hin? Gibt's denn noch was? Warte mal! Nö! Nö! Davon ist ja noch so ein... Zum Teil... Wo muss denn das hin? Okay! So, was bauen wir jetzt hier zusammen? Halt! 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 Da fehlt noch was? Okay! Okay, das ist im Unterschied, was hier Strom kriegt! Anscheinend! Wir brauchen noch etwas! Yay! Das war's nicht! Wir brauchen noch! Bleibt irgendwas liegen? Nee! Schwierig! Ach ja! Ah! Ja! Verstärkung! Ah! Grievous! Ist das dein letzter Kampf, Grievous? Willst du es zu haben? Wie muss ich denn den Blatt machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ich weiß nicht! Ich treff' den immer nicht! Ich treff' den immer nicht! Der lehrt die ab! Wo soll ich unsere Kollegen hin? Ah! Okay! Wir müssen nur durchhalten! Ja! Haha! Okay! Alles klar! Ich weiß Bescheid! Nein! Lass mich in Ruhe! Ich bin ja weg! Lass mich in Ruhe! Meine Macht ist viel stärker hoch! Das ist deine! Du hast eh keine! So! Und tschüss! Hilfe! Verriss mich hoch! Komm! Entschuldigt! Uah! Ah krass! Screenshots gemacht! Das ist gut aus! Okay! Der ist definitiv hinüber! Ich glaub' nicht, dass man den noch zusammensetzen kann! Autsch! Commander Phil! Okay! Für den Krieger! Schwere Waffen! Oh! Wie viel es da noch gibt! Ich glaub' diese unterste Bahn! Die so richtig dunkelschwarz war! Äh! Dunkelschwarz vor allen Dingen! Die so richtig schwarz war! Ich glaub' die muss noch mit diesen Kids da! Die man immer so zusammensetzen kann! Wo man überall was finden kann! Ich glaub' die muss mal alles mit denen zusammensetzen! Ich glaub' die kann man nicht kaufen! Ich weiß es auch nicht! Kann mich auch irren! Als ich glaube das war so! Ich hab' jetzt auch schon mal auf der Wii gehabt! Da hab' ich auch schon mal gespielt! Da hab' ich so durch schon mal gehabt! Da war' schon sehr nah am 100%! Da hatte ich irgendwie in den neuen schon! Aber das war schwer! Gut! Dann würde ich sagen wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder! Bis dahin! Tschüüs! Vielen Dank.